Hallo Leute, willkommen zurück bei Resident Evil 6 und du triffst immer nur dieses Ding anstelle von mir, Kati. Hallo, ich bin auch wieder da und muss Patrick schützen, wie immer. Vorsicht, der oben sitzt wieder im Maschinengewehr. Achso, da hätten wir gar nicht lang können, wir können einfach hier lang. Oh Gott, Jake hängt fest. Vorsicht hinter dir, warte, warte, guck dir meinen Facekick an. Warte, guck dir meinen Facekick an. Nein, das war er nicht. Aber hey, das sieht cool aus, was ich denke. Ich kann mich abschießen lassen von dem MG. Das kann nicht jeder. Kamen jetzt nicht die Big Bertha? Kann sein, ja. Ja, ich glaube schon. Wenn es da ist, wo ich denke, wo wir sind, dann ja. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du, dass du denkst, du denkst, du denkst zu viel. Was ich gedacht habe. Das ist ja irgendwie krass, oder? Ja. Denk-Famption. Denk-Famption. Nicht da lang. Nicht da lang. Das ist bestimmt das kranke Vieh, was wir mit Lian gesehen haben. Ja, meinst du, das ist der schon? Mhm. Wir haben noch nicht mal irgendwie eine vernünftige Waffe gegen den. Was wollen wir denn jetzt machen? Ja, das ist er. Das ist der Hunter. Oh Gott, der verfolgt uns. Hamela. Oh Gott. Es kommt. Ich hab Angst. Äh. Moin. Er hasst dich. Schön, sie kennenzulernen. Geh'n. Geh'n! 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 Gut gemacht von mir. Ich koffe mir mal eben selbst auf die Schulter. Toll, und der Typ lebt aber immer noch... Ah, toll. Ehhh. Der Snack den jetzt bestimmt erstmal. Om, om, om. Oder auch nicht. Wie er aussieht, ne, mit seiner Honeyball-Dingens, ey. Ja, ich glaube, er ist jetzt... Ah, pisse ich auf nichts. Natürlich. Ich hab mir natürlich wie immer Recht. Ach, gut. Lauf. Um Gottes Willen, der schmeißt das Auto nach uns. Ist ich. Oh, ich hasse diese Kamera schon wieder. Was soll ich machen? Laufen! Laufen! Ich konnte nichts machen, Kati. Hä? Das war total dämlich. Du musst einfach nach vorne laufen. Die Kamera geht nicht mehr weiter. Weil du gegen eine Sache gerannt bist. Nein. Du bist in der Textur hängen geblieben. Ich laufe, laufe, laufe. Jetzt geht's. Ja, weil du vorher eben in der Textur hängen geblieben bist. Ja, ich spiele das. Hauptsache, du siehst das auch noch und hilfsmännisch. Oh mein Gott, der kommt hinter uns her. Boah, das war knapp. Ja, ich glaube, wir sollten weiterlaufen. Oh, 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 oh. Ja, komm, wir springen einfach hier runter. Wird schon schief gehen. Ja, klar, Specki kommt hinterher. Oh mein Gott, da drüben ist sie, da drüben ist sie. Stell. Springen! Guck mal, irgendwas, was warnt das? Guck mal, was für ein kleines Loch wir gefallen sind durch Zufall. Er ist da draußen. Haha, er kommt nicht hinterher. Er ist so dämlich. Ein Warendepot ist das hier also. Ah, ja. Wow, Vorsicht, nehm dir. Äh, heißt das nicht, soll ich hier hochwerfen? Okay, gucken wir mal zu, wie Kati den Mann da verprügelt im Siparee. Lass mich raten, er hat nix gedroppt. Nee, aber hier war ne, ne Pflanze, ne? Ja. Warte mal, lass uns erst mal umgucken. Ja, ich warte mal. Ich warte, kein Problem. Mann, stress nicht, ich möchte mich da erst mal umgucken. Ja. Gucke, hier ist nämlich noch was, was ich zerhauen kann. Ah, cool, ich kann dir sogar zuschauen, wusste ich gar nicht. Ich sehe jetzt gerade, was du machst, jetzt gehst du in so ein Dings rein. Okay, Moment, ich sollte hier vielleicht nochmal weggehen. Hier können wir runter. So, Munition, sehr schön. Ich muss da hochschmeißen, ich denke, da geht's nicht. Hier war noch was, Kati. Oder? Hier ist noch was, hier ist noch was. Ja, ich weiß, aber ich denke, wir müssen erst da lang, oder? Also, also erst hochschmeißen-mäßig da lang, oder? Ja, wahrscheinlich muss ich dich hochschmeißen und muss dann runtergehen. Warte mal, ich guck mal. Halt, nee, wir müssen hier durch. Da müssen wir durch, ja, dann lass uns erst mal hier hochschmeißen. Lass uns erst mal hier hochschmeißen. Okay. Oder mich. Danke. Ach, hier oben ist ein Kraut und ich glaube, ich kann dir die Leiter runterlassen, oder? Ja. Nee, ich glaube, die ist abgetrennt. Nee, doch nicht. Du musst mich wieder hochschmeißen. Das war schön, oder? Okay, soll ich dann mal in den Keller gehen, oder was? Äh, ja, kannst du machen. Also hier ist auf jeden Fall Fähigkeitenpunkte. Hier musst du auch irgendwie rankommen. 2000 sind hier. Hier ist eine rote Pflanze. Oh Gott, hier ist ein Gegner. Ah, und hier ist ein Emblem. Zack, erst mal mal ein neues Posttanz vorgeführt. Also hier unten ist nur ein Lagerraum mit irrsinnig viel Zeug. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass du hier nicht hochkommst. Ferngezingte Sprengsätze gibt es hier. Du musst hier ja auch irgendwie hochkommen, weil hier haben wir halt ein Emblem und so weiter. Ja, okay, ich komme nochmal dahin. Vielleicht kannst du mich ja hochziehen, aber eigentlich bist du so zierlich. Ich glaube nicht, dass du das körperlich schaffst. Ich weiß es nicht. F, wenn ich jetzt F drücke? Nee, dann will er dich nur wieder hochschmeißen. Wo ist denn das Emblem? Sehe ich das von hier? Also da, hier oben in der Ecke. Hier. Ach, auf der Seite, Anna. Kann ich nicht sehen. Ja, das ist dann aber unlogisch. Das liegt da auf dem Boden, oder wie? Nee, es ist da jetzt hier genau in der Ecke da. Müsstest du eigentlich treffen können. Bin ich jetzt blind? Ich sehe das nicht, ne? Guck mal von hier, ob du es von hier siehst. Direkt da oben in der Ecke. Auf dem Boden liegt das, oder wie? Nee, es ist halt so angelehnt an der Wand. Nee, ich sehe da nichts. Ist aber komisch, weil irgendwie musst du da ja auch hochkommen. Ja, mal schauen. Vielleicht komme ich jetzt irgendwie von hier aus dann da hoch. Warst du im Keller? Ja. Und was war da? Krams ganz viel. Oh. Können wir mal Kati zuschauen. Haben wir sonst nichts zu tun. Wie kannst du mir denn zuschauen? Einfach F gedrückt halten. Oh. Cool. Trotzdem komisch, dass du da nicht hochkommst. Da ist sie. Hallo. Oh nein. Da kommt er gleich, wetten. Ach nee, da sollen wir raus. Jetzt sind wir hier und hier war das nicht, ne? Nee. Das finde ich gemein. Das finde ich auch ein bisschen gemein. Okay. Du ready? Jetzt müssen wir hier runter. In die Verdammnis. Oh ne, Pflanze. Wo? Ich kann noch die Nieren. Die war hier drin eben. Achso, bei mir nicht. Bei mir Moni. Oh, sozial. Ah, das Menü hier gefällt mir eigentlich ganz gut bei denen. Ja, es ist dasselbe wie bei Lien. Hier ist ein Schrank mit einer Waffe wahrscheinlich. Das war nicht dasselbe wie bei Lien, oder? Doch, das ist genau dasselbe im Menü. Also. Meins war aber nicht so mega grün. Nee, das war nicht das von Lien. Glaube ich nicht dran. Doch, also meins ist genau dasselbe wie von Lien. Oh, Sprengsätze und Blendgranaten. Vielleicht hast du ein anderes, weil du halt anders bist. Cooler bist. Nee, weil du halt ein Mutant bist. Gar nicht. Ich hab Antikörper. Ich hab Antibudys, weißt du doch. Oh, oh, hier sind Sprengfässer. Das bedeutet, äh, da kommen Leute. Oh mein Gott, sie haben es gefunden. Wer hätte damit nur gerechnet? Und ich muss ja wieder meine Sonstanz vorführen. Chuck Norris 2.0 ist im Einsatz. Ey, hast du gesehen? Chuck Norris hat sich sein Bart abrasiert. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Man erkennt den gar nicht mehr. Okay, hier sind, oh, hier, hier, hier hechelt irgendwas. Das war ich. Ah, hier kommt was. Nee, hier kommt was von oben. Vorsicht. Ah, da. Oh. Jake ist voll das Nahkampfmonster, kann man sagen, was man will, ey. Der kickt einmal und da wächst kein Gras mehr. Oh, die armen Gegners. Die Gegners. Wo sind die Gegners? Ist hier so ruhig, oder? Findest du nicht? Auch gar keine Musik oder so im Hintergrund? Ja. Bisschen zu ruhig, oder? Ja, da oben ist eine Waffe irgendwo. Hier kann man hoch, ja. Nee, also hier sind auf jeden Fall ein paar Kisten. Aber mir wird irgendwie eine Waffe angezeigt. Ja, ich schau mal hier oben grad. Ich geh aufs Klo. Ah, hier, ich kann dir die Leiter runterlassen. Bitt schön. Wo bist du? Ah, da. Ah. Ah, warte. Da sollten wir mal hier hochklettern. Bam! Schneller, kletter schneller. Oh mein Gott, da hinten ist da noch ein Gegner. Du hast ihn leben lassen. Dann muss ich hier wieder kämpfen. Und? Der war eben noch nicht da. Okay. Ja. Hast du die Waffe mitgenommen? Nee. Okay. Oh, geil. Ein Elefantenschlechter. Oh mein Gott. Guck dir das Ding an, ey. Oh mein Gott, ein Magnum. Wir haben den längsten Elefantenschlechter. Vorsicht, du hast automatisch die Magnum ausgerüstet. Was haben wir? Du hast automatisch die Magnum ausgerüstet. Du musst aufpassen, nicht, dass du die jetzt gleich einsetzt. Aber nee, ich habe wieder Faustkampf gewählt. Okay. Ich habe so viel Muni, das ist echt nicht feierlich. Ja, und ich habe mal wieder fast gar keine. Das ist auch nicht feierlich. Ich habe noch 102 Schuss für die normale. Wahrscheinlich, ich könnte so wetten, dass wir gleich wirklich hier, warte, ich lasse schon mal hier runter. Wenn wir jetzt versuchen, dieses Tor aufzukriegen, dass der Typ dann hinter uns herrennt, weil so viel... Oh, ich bin hier runtergesprungen. Ja, ich auch. Weil so viel Zeugs wie... Äh, warte. Ja, ich habe es gehört. Da ist er. Das macht Spaß, das macht Laune. Der Typ, der würde uns gleich so nerven. Ich sage es dir. Ja, okay, komm, dann lass ihn aktivieren. Scheiß doch drauf. Okay. Haha, ich bin hier durchgekrabbelt. Aha, haben wir hier noch was im Klo zu liegen? Doch, da rechts waren noch ein paar... Dinger, möchte ich mal sagen. Oh, ich bin voll gegen die Wand gerannt. Dinger. Oh, das war so klar. Junge, du bist so vorausschaubar. Ja. Aussehbar, oder? Gar nichts kannst du. Ih, guck mal, der hat seinen Einen Nippel abgedeckt. Oh! Woo! Der hat mich fast erwischt, ey. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sollten wegrennen. Ja, das ist doch ne ganz gute Idee. Hast du ihn schon einmal angeschossen? Ja. Vorsicht, normale Gegner kommen auch noch. Schick, gut schief. Echt? Ja. Er ist hinter mir her gewesen. Oh, der rennt durch die Wände, glaub ich. Hab ihn. Jake kriegst du nicht. Scheiße, ich hab nur noch 166 Schuss, Kati. Ja, nein, oh Gott, das wird knapp. Er steht nur sinnlos herum. Ja, dir auch? Ja. Ey, geil, der ist mir grad ausgewichen. Wo kommen wir denn da hin, wenn die Leute jetzt anfangen auszuweichen? Dann sollte ich mal den Schädel an dem Ding ja einschlagen. Was ist? Woo! Wow, was ist jetzt passiert? Das Ding neben mir ist abgedingend. Oh, oh, er rennt hier wieder gleich durch. Kann ich dir jetzt schon sagen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Fass, das würde ich ganz gern verwenden. Okay, hier sollte ich nicht lang gehen. Er kommt. Ah Gott, da ist noch ein Gegner. Scheiße. Scheiße. Oh Gott, ich glaub, er ist hinter mir. Ich, nein, er ist hier. Wow. Sein Arm ist ziemlich lang. Ja, hab ich gesehen. Länger als der Elefanten, schlechter, ne? Vorsicht, er kommt. Wow, der ist hier wieder durch die Wand gecrasht. Ah, hier ist keine Dings in der Nähe. Keine... Komm schon, komm, 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 komm. Oh, du kriegst mich nicht. Ey, die Gegner weichen voll oft jetzt meinen Angriffen aus. Er kommt. Vorsicht. Ich hoffe, du hast ihn vergessen, über meine 50 Millionen Dollar. Ja, ja, hab ich ihn vergessen. Vorsicht. Ich bin hier oben. Irgendwer schießt auch noch auf. Wo ist er? Ich seh ihn grad nicht mehr. Er rennt unten noch ein bisschen lang. Oh Gott, was ist das? Der soll die Treppe hier hochkommen. Ja, er kommt die Treppe hoch. Er kommt die Treppe hoch. Ich hab ihn in eine Falle gelockt. Wo ist er? Hier oben. Ich hab ihn auch hier oben gelockt. Er kommt jetzt wieder, glaub ich, runter, oder? Nein. Ja, doch. Okay, hab ich den erwischt. Ja, den hab ich erwischt. Ist er wieder nach unten gegangen? Ja. Ah, shit, weil hier oben ist auch noch ein Fass. Ich mach ihn mal auf mich aufmerksam. Oh, moin. Ja. Ach, du Heilige. Was denn? Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Tu irgendwas. Ich kann nix machen. Ich seh dich nicht. Oh, er nervt mich so. Wow, er ist echt aggressiv, was das angeht. Alter, jetzt hör doch mal auf mich anzuschießen, du Penner. Wow, what the fuck. Er wollte seine Wichsgriffel nach mir ausstrecken. Na, komm her hier. Trau dich doch. Du bist so eine Pussy. Na, du traust ihn doch nicht mal. Traut der trotzig nur an die Weiber ran, ey. Aber geil, wie die Lagerhalle jetzt schon aussieht, ey. Die ganze Scheiße stürzt hier auf jeden Fall zusammen. Er steht beim Fass. Sehr gut. Da hinten war auf jeden Fall noch ein Gegner. Ey, aber ich finde das so geil, dass die ganzen Umgebungen hier so kaputt gemacht werden können, ne. Er ist hinter dir her, Kati. Ja, ja, ich seh's. Die Wichsgriffel. Wow, das war knapp. Ja, ja, ja. Ich seh's, ich seh's. Wir müssen ihn hier so hinten laufen. Ah. Wow. Ja, toll. Die ganze Scheiße. Ja, toll. Es war so klar. Immer, immer wenn du irgendwie was sagst, das war's und wir haben dich fertig gemacht. Dann geht's jetzt richtig los. Ja, irgendwie irgendwas machst du falsch. Ich glaub, ich mach ne ganze Menge falsch. Angefangen, dass ich heute Morgen überhaupt aufgestanden bin. Wär ich mal liegen geblieben. Wär ich mal. Aber geil, dass ich mir einfach diese Droge auch geben wollte, ne. Ja, du hast sie dir ja gegeben. Ja, freiwillig, ey. Ja, ich glaube, du wüsstest halt nicht, was du da nimmst, ne. Dann nimmt man doch trotzdem erst recht nicht. Jo, guck mal hier. Guck mal, die. Gut. Das ist ein Kraut. Drei Kräuter Kräuter. Ja, das ist mein Geist. Aber wenn ich nicht so gut bin, dann kann ich das mit mir sagen. Also, du willst mir erzählen, was das große Behemoth war und warum er mich versucht hat? Das Ding ist einfach wie die Juavo. Eine bio-organische Waffe created mit dem C-Virus. Er wird benutzt von einer Terrorist-Organisation genannt NEO-Umbrella. Ich hab nie gehört von ihm. Sie wollen die Antibodien in der Blut. Und sie wollen nicht mehr, ob du bist oder lebend bist. Was besser als ein Mercenari? Hier hinter ist noch ein Kraut, Kati. Mhm, hab ich. Die reden ziemlich viel. Ja, das stimmt. Aber war sehr interessant, muss man ja sagen. Ich glaub... Oh, guck mal, da oben ist ein Emblem. Da, direkt. Ach, da, das hätte ich jetzt nicht gesehen. Oh, ich glaub, jetzt kommt gleich der Dicke. Glaub ich nämlich auch. Gut, okay, Kati, dann würd ich sagen, beim nächsten Mal wird auf deinem Kanal viel geredet. Okay. Ich hab ja genug Munition. Okay. Blöd, Mann. Also, beim nächsten Mal wieder bei Kati. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.